Jojojo und herzlich willkommen zum Infovideo, sorry dass es doch erst am Dienstag kam, aber ich habe ein bisschen verpennen was das angeht, ich war mit einem Kumpel und so, zwei Tage, tut mir leid, auf jeden Fall, ihr seht gerade die Paarungen im Video und das Datum wird, also Abgabe ist am 8. November dann, also das war es schon, ich freue mich auf eure Runden, es gelten die gleichen Regeln wie im 8. bloß Video wäre halt schon besser als ein Standbild, wenn diesmal kein Video hat, zum Beispiel MBE hatte ja keins, der kriegt dann kein Video und keinen extra Punkt auf jeden Fall, gut das war es schon und ciao ciao.